Das ehemalige Reichskloster Korwei, im 9. und 10. Jahrhundert Zentrum kulturellen, geistigen und wirtschaftlichen Lebens. Heute hat das ehemalige Kloster den Status UNESCO-Weltkulturerbe. Besonders das Westwerk aus der Frühzeit der Benediktinerabtei ist von herausragender Bedeutung. Korwei war ein sehr bedeutendes Kloster, eine sehr frühe Klostergründung, die eine sehr wichtige Rolle auch hatte für die Christianisierung in Nordwesteuropa. Und im Schutz dieses Klosters ist eine größere Stadt entstanden, also durchaus eine mittelgroße Stadt für mittelalterliche Verhältnisse, die vor allem vom Marktrecht und natürlich auch vom Münchrecht und auch von der Brücke über die Weser, wo der westfälische Hellweg über die Weser übersetzt hat, profitiert hat. Zur Zeit laufen in Korwei Vorbereitungen für die Landesgartenschau 2023. Die Baumaßnahmen werden archäologisch eng begleitet, um sicherzustellen, dass die Reste der Stadt und des Klosters erhalten bleiben. Für die Landesgartenschau wurde der Grundriss der Pfarrkirche mit Steinen nachgebildet. 1265 wurde die Siedlung durch ein Bündnis der Stadt Höxter mit dem Paderborner Bischof zerstört. Um alle Strukturen in der Erde zu dokumentieren, arbeitet die Archäologie mit modernsten Methoden. Also die Stadt war zum Höhepunkt etwa 50 Hektar groß, die befestigte Fläche der Stadt. Das ist eine Fläche, die wir niemals komplett ausgraben können, die wir auch nicht komplett ausgraben wollen. Nichtsdestotrotz möchten wir natürlich diese versunkene Stadt, wenn man so will, möglichst detailreich kartieren und erforschen. Aber ohne sie auszugraben, ohne sie dabei zu zerstören. Und dazu benutzen wir geophysikale SMS-Methoden. Zum einen Bodenradar, zum anderen Magnetik, um hier zerstörungsfrei die Topografie dieser Stadt und den Aufbau der Stadt wieder zu klären. Bald werden Blumen über der untergegangenen Stadt blühen. Ja, seit 2014 gehört Corvai zum UNESCO-Weltkulturerber. Und Sie haben es im Video gehört, diesen Status verdankt es natürlich nicht nur dem weithin bekannten Westwerk, dem Karolingischen Westwerk, das als eines der besterhaltenden Exemplare Karolingischer Architektur in Mitteleuropa gilt, sondern durchaus auch dem viel größeren, unsichtbaren Teil der mittelartlichen Wüstung und des Klosters. Von dem man im heutigen Gelände so gut wie gar nichts mehr sehen kann. Und dessen Kenntnisse wir im Wesentlichen der langjährigen Arbeit des ehemaligen Professors, also Emeritus-Professors Hans-Georg Stephan verdanken, der von den späten 60ern bis zu den frühen 2000ern hier viele Jahre investiert hat in Feldbegehungen, Baustellenbeobachtungen, Standarien, durchaus auch größere Grabungen und dabei etliche Baureste der Stadtwüstung freigelegt hat, einige Steinkeller und wie Sie hier rechts oben sehen, auch den Chor der mutmaßlichen Pfarrkirche, sowie an wenigen Stellen auch eine sehr aufwendig gepflasterte Straße, der auch natürlich hier schon den Status dieser Siedlung oder dieser Stadt sehr deutlich markiert. Es gab nach den ersten Bemühungen Hans-Georg Stephans schon in den 80er Jahren mit Geophysiokalis Prospektion nochmal eine größere Initiative im Vorfeld des Welterbeantrages um 2011 herum, wo auch schon recht großflächig Magnetikmessungen im Bereich der Stadtwüstung durchgeführt wurden, auch systematische Befliegungen mit Laserscans, also LiDAR-Bepfliegungen. Aber irgendwie wurden diese Arbeiten nie zu einem wirklich befriedigenden Ende geführt, sodass wir hier entschieden haben, 2019 mit unserem Partner, dem Ludwig-Boschmann-Institut für archäologische Prospektion und virtuelle Archäologie aus Wien, nochmal einen neuen Versuch zu starten und hier neben Magnetik aber auch vor allem auf systematische Bodenradermessungen, sehr hochauflösende Bodenradermessungen setzen, die vor allem dann die Mauerreste und die Steinkeller sehr gut schichtbar machen, wie Sie in den nächsten Folien auch sehen werden. Wir haben, nochmal kurz zurück, in den letzten Jahren in zwei bis drei kleinere Kampagnen insgesamt über 50 Hektar inzwischen mit Magnetik gemessen, sowie gute 12 Hektar mit Radar. Und Sie sehen hier einen ersten Überblick der Magnetikdaten. Jetzt erkennt man natürlich in diesem Maßstab gar keine Details, aber sicher gut zu erkennen sind links oben im Bild sehr großflächige Störungen, diese weiße und schwarze Linien, die sich hier fast senkrecht durch das Bild ziehen. Und wenn wir hier mal reinzoomen, also auf den nördlichen Rand der Stadtwüstung, dann sehen Sie... Nee, ich sehe jetzt nichts. Ja, hier sehen Sie den letzten Rest des Befestigungsgraben der ehemaligen Stadt, auch gleichzeitig auch der einzige noch schichtbare Überrest der Stadtwüstung. Und dieser Graben schätze ich natürlich wunderbar auch in den Magnetikdaten fort. Ja. Und Sie sehen auch, dass dieser Graben an mindestens zwei Stellen geschnitten wird, von diesen, also in diesem Bild jetzt helle Streifen. Das sind Bereiche, wo der Boden mit Sicherheit stärker erodiert ist, wobei wir im Moment nicht sagen können, ob das eine natürliche Erosion ist oder ob wir es hier mit Wege aus der Stadt um Hohlwege zu tun haben, wobei die sich natürlich auch gegenseitig bewirken können. Also eine natürliche Erosion und eine Erosion durch die menschliche Nutzung. Wenn wir uns weiter nach Süden bewegen, zum Zentrum der damaligen Stadt, dann sehen wir auch da einige recht große, also lineare Störungen auch, also Anomalien, wie man in der Geophysik sagt, die deutlich korrelieren mit dem schon bekannten Wegenetz, das Hans-Georg-Stefan schon rekonstruiert hatte. Man erkennt hier die vom Westen zur Weser führende Straße, wo auch dieser Pflaster festgestellt wurde und der mit der historisch überliefernden Brückenstraße gleichgesetzt wird. Und von Norden an diese Brückenstraße heranführend eine weitere Struktur, die bisher immer als einen älteren Zweig des Westfels in Hellwegs gedeutet wurde und auch schon in Luftbildern sehr gut zu sehen war. Ich werde nun eine neue Hypothese aufstellen, denn wir sehen zwar diesen vermeintlichen Weg in der Magnetik und auch im Radar. Sie sehen hier eine direkte Gegenüberstellung. Links die Radardaten, rechts die Magnetikdaten. Sie sehen auch hier, wie sich diese beiden Datensätze sehr gut ergänzen. Also in den Radardaten sind sehr deutlich zu erkennen, Sie sehen die Steinkeller, hier einen Steinkeller, hier einen Steinkeller, hier einen sehr, sehr großen Steinkeller. Sie sehen hier den Pflaster dieser Brückenstraße und Sie sehen auch hier, wie von Norden eine weitere lineare Anomalie, also stark reflektierende Anomalie, also eine weitere gepflasterte Straße wahrscheinlich an diese Brückenstraße heranführt. Und diese Anomalie, die wir am Radar sehen, ist aber nicht, und das müssen wir jetzt einfach glauben, deckt sich nicht mit der Anomalie im Luftbild und in der Magnetik, sondern verläuft parallel dazu. Und genau an der Stelle, wo wir den Hellenstreifen in der Magnetik sehen und wo dieser die Brückenstraße kreuzt, haben wir hier eine sehr auffällige Verengung in der Brückenstraße. Sodass ich davon ausgehe, dass wir hier tatsächlich mit einer kleinen Brücke innerhalb der Stadt und mit einem Graben oder möglicherweise sogar einem kleinen Gewässer durch die Stadtwüstung zu tun haben. Sie werden sich vielleicht auch fragen, was es mit dem sternförmigen Objekt hier links unten im Bild auf sich hat. Das hat nun nichts mit der Stadtwüstung zu tun, sondern kann anhand historischer Pläne sehr eindeutig als zentrales Objekt, zentrales Element der barocken oder spät-Renaissance-zeitlichen Plantage, die sich hier befunden hat, identifiziert werden. Und das war natürlich auch ein sehr netter Fund im Hinblick auf die Landesgartenschau, die hier nächstes Jahr stattfinden wird. Nun zum bisherigen Highlight würde ich sagen, unsere Messungen die Markkirche, die ja schon 1988 in Teilen von Hans-Georg-Stefan ausgegraben wurde. Hier eine größere Übersicht und hier dann die Markkirche in verschiedenen Tiefenbereichen. Wir kriegen ja bei den Radardaten durch die unterschiedliche Zeit zwischen dem gesendeten Signal und dem empfangenen Signal hier auch Informationen über die Tiefe und können so in verschiedenen Tiefenschichten sozusagen uns durch den Boden bewegen. Und das Neue daran ist nicht nur, dass wir jetzt durch die Messungen auch den Grabungsschnitt wieder genau lokalisieren konnten, sondern auch, dass wir hier erstmals den gesamten Grundriss der Kirche sehr deutlich sehen. Es handelt sich also um eine dreischiefige Kirche, eine mit fast symmetrissem Grundriss, mit einem massiven Turm, mit einem mächtigen Einturm im Westen, also kein Westwerk, wie man hier früher vielleicht vermutet hätte. Und das Spannende ist, dass wir gerade auch durch diese sehr hohe Auflösung in den Daten Details sehen, die hier die Vermutung erlauben, dass diese Kirche schon im Langhaus komplett eingewölbt war. Und das ist an sich etwas sehr Spannendes. Die Kirche, die wurde bereits aufgrund der Grabung ab oder in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts, um 1150 datiert. Das wäre auch das frühestmögliche Datum für eine solche eingewölbte Kirche. Und wenn wir das nun vergleichen mit zeitgleichen Kirchen in der Region, also im Weserraum und im Raum Höxter, Es gibt sehr deutliche Parallele zu dem Bau 3, also der dritte Ausbaufase der Kirche St. Petri in Höxter, so wie die Klosterkirche von Tom Roden, auch unmittelbar nördlich von Korvey. Auch die beiden haben im Westen einen großen Turm, haben auch diese Seiten abschieden, wie auch unsere Markkirche in Korvey. Aber Sie sehen hier, durch die unterschiedliche Symmetrie ist klar, dass diese beiden Kirchen niemals eingewölbt waren, zumindest nicht im Langhaus. Hier unten sehen Sie zwei Beispiele, die in der Hinsicht deutlich besser vergleichbar sind mit unserer Markkirche, also die St. Kilianikirche in Lügde sowie St. Petri in Hüster. Lügde gehört ja auch noch zum Weserraum, Hüsten dagegen ein Stadtteil von Arnsberg. Als die früheste gewölbte Kirche in Weserraum gilt die Klosterkirche von Lippotsberg und es gibt hier durchaus Gründe, auch das Lippotsberg ist nur 20 Kilometer Luftlinie von Korver, also es gibt durchaus Gründe anzunehmen, dass es hier eine direkte Verbindung zwischen dieser Lippotsberger Bauschule und der Korverheier Markkirche gibt. Also das ist ein, finde ich, wirklich schönes Beispiel, wie weit wir auch in die Interpretation, in die historische und architekturhistorische Interpretation reingehen können, ohne hier nochmal einen Spaten in den Boden angesetzt zu haben. Aber ich möchte auch abschließen mit den neuesten Ergebnissen, aber auch etwas, das uns auch ein bisschen Grund gibt, vielleicht die Erwartungen hier zu drosseln. Wir werden mit Sicherheit nicht den gesamten Stadtplan bis ins letzte Detail klären können. Sie sehen links im Bild die Messungen im Remtergarten, direkt hinter der Klosterkirche vom letzten Sommer. Vor den Baumaßnahmen und rechts im Bild die neuesten Messungen, die wir erst vor zwei Wochen aufgenommen haben, nachdem hier im Vorfeld der Landesgartenschau der Oberboden, die ersten 30 bis 40 Zentimeter Oberboden abgetragen wurden. Und rechts im Bild sehr, sehr schön zu sehen die Gräber des Friedhofs hinter der Kirche schön in Reihe und Glied, von dem wir in den Daten vom Sommer noch so gut wie gar nichts erkennen konnten. Also das ergibt natürlich auch ein bisschen Grund zur Sorge vielleicht, aber zeigt natürlich, dass wir auch hier bei der Geophysikale Prospektion durchaus auch unsere Grenzen haben. Damit möchte ich mich bedanken. ife ist mir zu sehen, dass wir uns ein bisschen vertrend haben. vertrend haben, dass wir uns dann wieder in der Kirche vertrend haben. Vielen Dank.